Ja, vielen Dank, Moment, herzlich willkommen, ich hoffe, das Mikro ist so weit an, ja, jetzt höre ich mich selber. Danke Ulrike für die nette Begrüßung, danke, dass Sie alle gekommen sind, ich freue mich auf die Lesung und bevor ich in den Romanen einsteige, erstmal zur Wirklichkeit, also zu den Fakten. Es gibt das CERN in Genf, das kennen Sie alle. Dort werden Teilchen beschleunigt in einem Teilchenbeschleuniger, dem Large Hadron Collider, der größten je von Menschen handgebauten Maschine. Und diese Elementarteilchen werden auf annähernd Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Sie prallen aufeinander und es entstehen neue kleine Teilchen. Man glaubt jetzt im letzten oder vorletzten Jahr das berühmte Higgs-Teilchen gesucht zu haben, das für die Masse verantwortlich ist. Das ist ein bisschen kompliziert und von daher hat man neue Gelder bekommen, also alles Fakten. Jetzt gerade wird der Large Hadron Collider, der ist ausgeschaltet, er wird aufgemotzt, er wird also richtig aufgepowert. Mit neuer Energie wird er im Jahr 2015 ans Netz wieder angeschlossen und in noch schnellerer Geschwindigkeit werden diese Teilchen kreisen. Und dann, alles noch Fakten, könnten theoretisch auch kleine schwarze Löcher entstehen, Micro Black Holes. Das ist auch von den Leuten vom CERN durchaus im Bereich des Möglichen angesiedelt, aber diese kleinen mikroschwarzen Löcher, so die Theorie von Stephen Hawking, die würden sofort wieder zerfallen, also keine Gefahr. Es gibt aber, auch das ist Tatsache, einen Forscher namens Otto Rössler, ein Chaosforscher und Endophysiker, der behauptet, dass einmal eines dieser schwarzen Löcher nicht zerfällt. Und er hat gegen das CERN geklagt, auch das ist eine Tatsache, diese Klage ist abgewiesen worden. Was passiert, wenn so ein schwarzes Loch nicht zerfällt? Es wird immer größer, unaufhaltsam, verschluckt dann die ganze Schweiz, die Schweizer Konten und die ganze Erde. In 50 Monaten, laut Otto Rössler. Ja, und wenn man sowas natürlich als Schriftsteller liest, ist das ja ein gefundenes Fressen. Und jetzt kommen wir eben zur Fiktion und das ist dieser Roman und der macht sich genau diese Überlegung zunutze und sagt, hier im Jahr 2017 entsteht ein solches schwarzes Loch, das nicht wieder zerfällt. Und mit dafür verantwortlich ist eine sexbesessene Teilchenphysikerin namens Sabrina Stewart. Und die kommt wie folgt als kleines Kind zur Physik. Zeit ihres Lebens würde Sabrina Stewart die Morlocks nicht vergessen. Diese zotteligen, wundersamen Wesen, die in den Höhlen im Tiefseits der Menschenwelt lebten. Diese widerlichen Monster des Untergrunds, mit der Oberfläche durch Tunnel und Löcher verbunden. Morlocks, ekle Kreaturen, die nur darauf lauerten, dass unachtsame Menschen an ihren Löchern vorbeigingen, um sich rauszustürzen und die Menschen in den Abgrund zu zerren, ins Schwarze. Zehn Jahre. Zehn Jahre war sie erst alt gewesen, als Vater Patrick Stewart ihr den Film gezeigt hatte. Daddy hatte sich nichts dabei gedacht, er hatte ihr gesagt, come on darling, let's watch a movie. Die Zeitmaschine von H.G. Wells. Nach dem Roman von H.G. Wells. Und dann die Morlocks, die Morlocken. Vater Patrick wirrte vor Lachen, er hielt das Video an, Standbild, that's me, rief er und deutete immer wieder auf eine der hässlichen Kreaturen, look, that's me. Und Sabrina musste minutenlang auf das Standbild des Morlocken schauen, ihr Entsetzen wurde dadurch nicht gemildert, während Vater Patrick ihr lang und breit erklärte, wie er als Student bei MGM gejobbt hatte, die brauchten jede Menge Statisten damals, wie man ihm das Kostüm angezogen und gesagt hatte, was man von ihm erwartete. Ich meine, ich musste nichts sagen, ich musste nur Stöhnlaute von mir geben und eine Frau ins Loch ziehen und wild herumspringen. Wir haben 1959 gerät, fast komplett in den Studios. Wir hatten sieben Drehtage. Danach haben wir im Wohnheim eine Morlockenparty geschmissen. Schau doch mal, wie es weitergeht. Patrick hatte keine Ahnung, dass dieser Film für seine Tochter Sabrina etwas zu früh kam, denn die nächsten Monate schreckte sie oft genug aus dem Schlaf, weil sie im Traum von weiß-blauen Aberwesen in die Finsternis gezerrt wurde. Erst mit 18, als die entscheidende Lebensweichenfrage anstand, welches Fach Sabrina studieren wollte, sie glänzte in allen Fächern. Kein Wunder, bei dem Vater, Professor Doktor Dr. Patrick Stewart, ein renommierter Physiker, schaute sie den Film Die Zeitmaschine noch einmal an, allein. Sie musste diesmal lachen über die haarigen Biester, die ihr jetzt harmlos vorkamen, so schlecht die Kostüme, so billig die Effekte. Und der Film von 1960 wirkte im Jahr 1988, als Sabrina gerade James Camerons Aliens gesehen hatte, extrem veraltet. Aber je länger sie den Zeitmaschine-Film verfolgte, umso nachdenklicher wurde sie. Mit zehn Jahren hatte sie noch nicht darauf den Inhalt achten können, jetzt aber mit 18, da merkte sie, das, was sie da sah, entsprach im Grunde ihrem größten Wunsch, ihrer tiefsten Sehnsucht, ihrer aberwitzigsten Besessenheit. Etwas erfinden oder entdecken oder konstruieren oder bauen, wie dieser George, gespielt von Rod Taylor, eine Zeitmaschine. Etwas, das es noch nicht gab. Sie hatte als Kind Jules Verne verschlungen und ihre Science-Fiction-Sammlung unterm Bett versteckt, damit ihr Vater nicht schimpfte. Denn Professor Patrick Stewart war der beinharten Wirklichkeit verpflichtet. Seine Studien richtete er nur an Beobachtbarem, an Messbarem, an Verifizierbarem aus. Und atemlos hatte Sabrina den vernichtenden Tiraden des Vaters gegen die Auswüchse der Quantenphysik gelauscht. Ihr, Sabrina dagegen, erschienen die möglichen theoretischen Konsequenzen der Quantenmechanik. Jene Theorie der vielen Welten, die Wurmlöcher, die Zeitreisen, all das, was ihr Vater ablehnte und bekämpfte, als ein Raum, in den sie gern tiefer tauchen würde. Und Sabrina im Alter von 18 Jahren, nach zweitem Anschauen des Films Die Zeitmaschine, fasste den Entschluss ihrem Vater zu folgen, in dem, was sie tun würde, nämlich Physik studieren.